hallo welt hier ist ganz zwei drei und vier mit zahra nasslock ja weiter geht's mit lang genug gedauert ja ich hoffe mal dass jetzt ein bisschen was fangen kann um die ganzen frische zu entkommen hier so hat man schon oder ja jetzt haben wir den aufzug schlüssel und ich bist wo der aufzug war ich glaube im wald auch der verwunschen wald und so ging das da falsche ausgang ob wir noch mal gucken ob beim wald vielleicht irgendwo pixies sind damit die nächste berührung holen kann ich habe aktuell sieben drei fehlen noch na komm level 11, gute schaffe ich ich könnte dringend ein paar neue natur zauber brauchen und weil sie habe eine natur zauber ich habe keinen slot dafür wechseln wir mal kurz denn oberi ist ziemlich nützlos oder grumpy wie ich ihn genannt habe sehr schön nein ich will die nicht fangen jetzt weiß ich darf sogar nicht so besiegt yay das geht ja natürlich mit weil das geld hier ist nichts weiter wie es aussieht hier ist nichts weiter wie es aussieht aber wer ist immer noch nützlos hehehe und die map hier ist doof hier ist ganz schön aggro hier ist ganz schön aggro und besiegt aber ich brauche eindeutig ein paar heil items jetzt mal kurz naja vielleicht dass man das nicht ein bisschen beschleunigen kann mehr kosteller die ich brauche nochmal so und so passt ok ich habe aber auch weit und weit keine pixies ich würde mich halt ein bisschen ich hätte schon gedacht dass es im alten paar gibt aber offenbar nicht aber offenbar nicht ok 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 oh oh das war ganz schön knapp gegen ende aber gut hm gut ja Level 16 Ich brauche mir halt die Hälfte von dem was ich brauche um ihn zu entwickeln Hier ist der eine Ausgang Ich brauche schon auf der anderen Seite zu schauen Ja war ich, ok Ich werde gleich den abschimpfen mal so erkundet Ich finde es echt doof, dass es hier keine einzige Der einen Pixie gibt Das ist schon wieder der erste Weltkrieg Da oben habe ich jüngling gefangen Hier gibt es ja echt keine Pixies Oder sonst keinen gar nichts Na gut Ich bin fast einig Ich habe fast einen gullet Was ist denn der? Also, ich habe das noch nie Ja, das war das Ich habe das eine Ich bin nicht Ich habe das Schrauben Ich habe das Ich habe das Ich habe das Okay. Na komm, so. ja level echt was sollte auf jeden fall bei melanie spitze setzen jetzt denn ich brauch die erfahrung gut dass man mit dem gewünschen wird fertig ist aussieht na gut ihre leben habe ich jetzt eigentlich ich komme immer noch hinten das rathaus ja erhoff zu gehen amy ich will doch nur zum anderen ende der stadt und gucken ob ich dann entsprechend weiter komme ok komme ich hier durch ja aber wo komme ich hier hin ist die frage ich bin schon verwundet in den wald wieder oh ein pfund hm ist das hier generell so oder bin ich einfach nur in die falsche ecke gelaufen hier sind schilder nach tira lehnen im turm der zwerge nach dann man kann nach dann wohl laufen das hat immer noch zu verwünschen wald ich hätte vergangen Das ist auf jeden Fall der Wald des Todes, der tödlich ist. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, schon wieder Level 27, was ist das hier? Wie viel Zerstäube habe ich noch? Ähm... Gar keine mehr jetzt. Ich hab Angst. Ja, komm. So. Klingeln. Ich habe meine Meinung geändert. Ähm... Winbo... 22... 25... Ich werde jetzt einfach meine Teammitglieder entwickeln. Das heißt, sie hat eine Spitze mit dir. Äh... Wo ich da lang... Ich werde das nicht suchen im Wald hier. Und hier gibt es noch Danmoor? Echt? Der Nebeldumpf. Tatsache. Ich habe eine Pixie. Wo ist die Sau? zwei tatsache sehr schön und das ist auch sehr schön fehlt nur noch eine und hier ist ein wespa drin das spielt endlich zu wenige gebiete stop alter ist hier ja stark mal gut das war kaum erfahrung ok wir mal gucken wo der weg uns hinführt ok 40 was ist hier los kann das sein dass die das ist der weg ist wo ich gestorben bin einmal an dem level 20 ich glaube schon hier ist aber auch nichts weiter ein steg und mehr nichts ich habe mir schon immer gewünscht eine flasche von nichts kann ich auch mal eine karte bringen einfach äh dann nur ja ich komme quasi so rum ich verstehe da kann ich auch noch eine karte bringen zurück oh 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 oh